Ach du Scheiße. Brauchen Sie Hilfe, Sir? Oh, ah, Officer, hi. Brauchen Sie Hilfe? Nein, alles bestens, danke. Was haben Sie da? Pekernüsse. Ich bringe meine nichte Pekernüsse. Pekernüsse? Ja, Pekernüsse. Sie macht den miserablensten Ihres Kuchen. Ihr Mann tut mir echt leid, aber die Pekernüsse tun mir auch leid. Na komm. Familie ist das Wichtigste. Machen Sie es nicht wie ich. Ich habe die Arbeit der Familie vorgezogen. Ich habe gedacht, es wäre wichtiger, jemand da draußen zu sein, statt der Versager, der ich in meinem eigenen Haus war. Ich war ein furchtbarer Vater. Ein furchtbarer Ehemann. Hab meine Chance vertan. Ich habe keine Vergebung verdient. Das ist das letzte Mal. So war mir Gott Hilfe. Das ist das letzte Mal. Wie auch immer. Das alles tut mir leid. Das ist das letzte Mal. Untertitelung des ZDF, 2020